»Was ist denn das?« rief Alexandra erschrocken und machte einen Satz nach hinten, bis sie sah, dass es sich bei dem schwarzen Etwas, das nun in der offen stehenden Tür zu ihrem Zimmer saß, um eine Katze handelte. Offenbar hatte ihr Aufschrei das Tier so irritiert, dass es sich nicht weiter von der Stelle rührte, sondern den Kopf leicht schräg legte und Alexandra aus grünen Augen aufmerksam betrachtete. »Sieht nach einer Katze aus«, meinte Tobias, »vermutlich Kater Brown.« »Pater Brown?«, fragte sie. »Nicht Pater, sondern Kater Brown.« »Wie lange bist du denn schon hier, dass du alles und jeden kennst?« »Nicht mal eine Stunde. Von dem Kater weiß ich auch nur, weil einer der Mönche am Empfang nach ihm gefragt hat, als ich gerade einchecken wollte. Vielleicht ist das auch gar nicht Kater Brown, sondern irgendeine andere Katze. Plötzlich wurde eine Tür auf der anderen Seite des Flurs aufgerissen. »Geht das auch etwas ruhiger?«, polterte Wilden. »Sie?«, fuhr er Alexandra an. Dann wanderte sein Blick weiter zu Tobias. »Und sie auch schon wieder. Hören Sie, ich habe mich in mein Zimmer zurückgezogen, weil ich in Ruhe telefonieren muss, und ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass meine Gesprächspartner nicht glauben müssen. Ich befände mich auf einer Dorfkirmes.« Er bedachte sie mit einem weiteren, vorwurfsvollen Blick und zog die Tür zu seinem Zimmer wieder hinter sich zu. »Du bist auch schon mit ihm aneinandergeraten?«, fragte Alexandra. »Ja, auf dem Parkplatz.« Ich hatte meinen Wagen abgestellt, da kommt er mit seinem Porsche Cayenne auf mich zugerast und brüllt mich an, ich solle seinen Platz freimachen. Dieser Kerl ist einfach unerträglich. »Oh, hast du etwa deinen Meister gefunden?« »Ach, Quatsch! Ich habe ihm gesagt, er solle woanders parken. Schließlich waren noch genug Plätze frei. Aber er hat sich einfach auf dem Absatz umgedreht und ist weggestiefelt. Seinen Wagen hat er vor meinem stehen lassen. Wenn ich jetzt auf die Schnelle weg müsste, käme ich nicht raus. Sowas macht mich wirklich sauer.« Plötzlich miaute der Kater, der erwartungsvoll zu Alexandra aufsah. »Nein, wir haben dich nicht vergessen«, versicherte sie ihm und ging in die Hocke, um ihn zu kraulen. »Der böse Mann von gegenüber hat uns nur gestört.« »Ähm, du weißt, dass du ein Tier vor dir hast. Keinen Dreijährigen, oder?« Sie schenkte Tobias ein ironisches Lächeln. »Im Augenblick habe ich beides vor mir. Ein Tier und einen Dreijährigen.« »Und was mache ich jetzt mit dir?« fragte Alexandra den Kater, nachdem sich Tobias lachend in sein Zimmer verzogen hatte. Kater Brown hatte sich auf den Rücken gedreht, damit Alexandra ihm den Bauch streicheln konnte. Dabei schnurrte er genießerisch. »Okay, aber im Gegensatz zu dir bin ich nicht nur zum Vergnügen hier«, sagte sie und richtete sich auf. Sofort sprang der Kater auf, folgte Alexandra in ihr Quartier, machte es sich auf der Fensterbank gemütlich und beobachtete jede ihrer Bewegungen. Das Zimmer war wirklich winzig, die Einrichtung spartanisch. Ein einfacher Stuhl, ein kleiner Schreibtisch, ein schlichtes Bett, in einer Ecke ein Schrank, in dem man seinen nötigsten weltlichen Besitztümer unterbringen konnte. Auf der anderen Seite war eine schmale Kabine abgeteilt, die gerade eben Platz für Dusche, Waschbecken und Toilette bot. Das einzige Zugeständnis an die Tatsache, dass es sich bei dieser Kammer heute um ein Hotelzimmer handelte, war das Telefon auf dem Schreibtisch. An der Decke hing eine nackte Energiesparlampe. Eine Gefängniszelle, stellte Alexandra ernüchtert fest. Sie packte ihre Tasche aus und verstaute alles im Schrank. Immerhin ließ er sich abschließen, sodass sie dort auch ihren Laptop und andere Wertgegenstände unterbringen konnte. Kater Brown lag nach wie vor auf der Fensterbank und beobachtete Alexandra aufmerksam. Ist das hier sonst dein Zimmer? fragte sie. Der Kater sah sie mit großen grünen Augen an, ließ die flaumigen schwarzen Ohren spielen und fuhr sich mit der kleinen rosa Zunge über die Schnauze, als erwartete er von Alexandra irgendein Leckerli. Plötzlich kam ihr ein beunruhigender Gedanke. Was, wenn dieses Hotel so authentisch ein Klosterleben simulierte, dass es zum Abendessen nur irgendeine wässrige Suppe mit einer kargen Gemüseeinlage gab? Sie sah auf die Armbanduhr, kurz vor halb drei. Vielleicht sollte sie sich gleich in Richtung Luxemburg auf den Weg machen und einen Supermarkt suchen, um sich für den Abend mit ein wenig Verpflegung einzudecken. Und was fange ich so lange mit dir an? fragte sie den Kater. Soll ich dich hier allein lassen oder kommst du mit nach draußen? Sie ging zu ihm und warf an ihm vorbei einen Blick aus dem geöffneten Fenster, von dem aus sie freie Sicht auf das weitläufige grüne Tal im Hintergrund hatte, das im Sonnenschein erstrahlte. Gleich vor dem Fenster ging es einige Meter steil in die Tiefe, was Alexandra stutzig machte. Sie wusste zwar, dass Katzen ausgezeichnet springen konnten, aber diese Höhe erschien ihr doch etwas zu erheblich, um von einem Kater in einem einzigen Satz überwunden zu werden. Sie beugte sich weiter vor und entdeckte des Rätsels Lösung. Etwa einen halben Meter unter dem Fenster verlief ein abgerundeter Mauervorsprung, gerade breit genug, dass sich eine Katze darauf fortbewegen konnte. Ein Einbrecher würde sich kaum daran festhalten können, um sich nach oben zu ziehen und ins Zimmer einzusteigen. Also konnte sie getrost das Fenster offen lassen, damit Kater Brown auch noch einen Weg ins Freie fand, nachdem sie das Zimmer verlassen hatte. Doch diese Rechnung hatte sie ohne den Kater gemacht. Gerade als sie die Tür schließen wollte, sprang er von der Fensterbank und zwängte sich durch den Türspalt. »Oh, du hast es dir also doch noch anders überlegt«, sagte sie und schloss ab. Kater Brown strich um ihre Beine, dann legte er sich auf die Fensterbank am Ende des Flurs und schlug die Pfoten unter. Alexandra kraulte ihn noch einen Moment und machte sie schließlich auf den Weg. Kater Brown blieb liegen und sah der Frau mit den langen, blonden Haaren nach. Er mochte sie, auch wenn sie sich zuerst vor ihm erschreckt hatte. Aber sie war nett und hatte ihn ausgiebig gekrault. Dazu hatte sie sich sogar neben ihn gehockt. Die meisten Menschen bückten sich nur kurz und tätschelten ihm den Kopf. Vielleicht würde er die Frau ja in den Keller führen können, um ihr seine Entdeckung zu zeigen. Mit ein bisschen Glück würde sie verstehen, was er von ihr wollte. Er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und beschloss, erst einmal eine Weile zu dösen. Jenseits der luxemburgischen Grenze entdeckte Alexandra einen kleinen, aber gut sortierten Supermarkt, in dem sie sich zunächst mit Sandwiches, Kartoffelsalat und einigen Tüten Chips eindeckte, ehe sie zur angrenzenden Tankstelle fuhr, um den Wagen vollzutanken. »Und?« fragte der Mann an der Kasse. »Müssen Sie heute noch zurück nach Düsseldorf?« Offenbar hatte er das Kennzeichen gesehen. »Nein, zum Glück nicht. Von dort bin ich heute Vormittag erst aufgebrochen und die Fahrt bis zum Klosterhotel hat mir gereicht. Oh, Sie sind bei den Scheinheiligen abgestiegen.« »Den Scheinheiligen? Wie meinen Sie das?« »Na, sehen Sie sich den Verein doch mal an!« ereiferte er sich. »So fromm, wie die alle tun, sind die auch nicht. Da tun die ständig so, als hätten sie kein Geld, und dann macht sich deren Boss mit ein paar Millionen aus dem Staub. Möchte wissen, wie die diese Menge Kohle zusammengetragen haben. Ob da alles legal gelaufen ist, wage ich mal zu bezweifeln.« Alexandra zuckte mit den Schultern. »Ich habe mich vorab über das Kloster erkundigt und bin nirgendwo auf Hinweise gestoßen, dass außer dem Abt noch irgendjemand gegen Gesetze verstoßen hat,« sagte sie, »um dem Mann mehr zu entlocken.« »Ach, kommen Sie! Selbst wenn der als Einziger in die Kasse gegriffen hat, sind die anderen nicht besser. Ich habe von regelmäßigen Saufgelagen gehört. Und die Chrissy, die Tochter vom Hausmeister des Landschulheims, soll von einem dieser Kuttenträger schwanger sein.« »Na ja, Mönche sind auch nur Menschen.« Sie hörte selbst, wie abgedroschen ihre Bemerkung klang, doch sie wollte den Mann am Reden halten. »Nee, nee, das sind doch Kirchenleute. Die Kirche soll lieber den Armen helfen, anstatt dem Papst zig Weltreisen im Jahr zu spendieren.« Er reichte ihr Kreditkarte und Kassenbon. »Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.« »Ja, danke,« sagte sie mit ein wenig Bedauern. Eigentlich hätte sie gern mehr über die Gerüchte erfahren, die das Kloster zum Thema hatten. Es war immer interessant, dem Volk aufs Maul zu schauen. Doch der Mann hatte bereits wieder seine Zeitung aufgeschlagen. »Guten, ich bin jetzt wieder herr geschAStert.«